Hallo, mein Name ist Achim Sturm. Ich bin Trainer bei der Forst AG und möchte Ihnen als Trainer den Kurs interner Auditor ISMS Informationssicherheitsmanagement nach 27001 vorstellen. Und zwar als E-Learning Kurs, der dem zweitägigen Präsenzkurs der Präsenzschulung entspricht. Hierbei erfolgt die erforderliche Wissensvermittlung für die Rolle als interner Auditor für das Informationssicherheitsmanagement-System nach 27001. Es werden umfassend die Themen behandelt, die Sie in der Rolle als interner Auditor benötigen und dieses wird auch interaktiv. Da gibt es einige Fragen, die Sie dann beantworten können und Sie werden aufgefordert, auch bestimmte Aktivitäten zu tun. Das alles können Sie schon mal so einen kleinen Vorgeschmack einholen mit dem Demokurs, der auf der Forrest Webseite einzusehen ist. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Inhalt des Kurses. Er besteht aus vier Teilen und diese vier Teile behandeln halt dieses Verhalten, dieses Vorgehen eines internen Auditors im Rahmen von Management-Systemen. Somit fängt er an im Teil 1 mit Audit-Grundlagen, insbesondere im Kontext mit der 27001. Dann wird die 1911 intensiv vorgestellt. 1911 die ISO-Norm für die Durchführung von Audits bei Management-Systemen. Und das wird im Anwendungsbereich dargestellt. Es werden einige Begrifflichkeiten nochmal definiert und die Kompetenz und Bewertung von Auditoren, die auch in der Norm dargestellt wird, wird ausgetauscht. So, dann geht es in die Praxis bzw. die Theorie zur Praxis, nämlich was ist ein Audit-Programm und wie werden aus einem Audit-Programm Audits veranlasst, damit die entsprechend auch durchgeführt werden können. Im Teil 3 wird es dann intensiv dazu kommen, dass man die Thematik Gesprächsführung und auch die Verhaltensweisen des Auditors sich genauer mal anschaut und ja, was muss ein interner Auditor auch beachten, um erfolgreiche Audits durchführen zu können. So und ob das nur erfolgreich war oder nicht, im Teil 4 Bewertung und Berichterstattung und auch was sind für potenzielle Bewertungsfehler zu vermeiden als Auditor. Das wurden diese vier Teile nach 19.11 und das wird vermittelt in dem Kurs durch Videos, Grafiken und Übungen. Am Ende jedes Teiles des Kurses gibt es ein ausführliches Resümee und nach Durchführung des Kurses kann man denn ein E-Book für die dauerhafte Nutzung sich dann entsprechend weiter dann nutzen. Wenn man alle Teile des Kurses durchgegangen ist in dem E-Learning-Kurs, erhält man eine persönliche Qualifikationsbescheinigung oder auch Teilnahmebescheinigung und nach erfolgreicher Durchführung einer einstündigen Prüfung gibt es dann ein Zertifikat interner Auditor ISMS ISO 27001 in deutscher als auch in englischer Sprache. Ich hoffe, Sie haben mit diesen Angaben Interesse bekommen, diesen Kurs zu buchen. Ich würde mich freuen, Sie dann dort begrüßen zu dürfen.